Der schwäbische Philosoph Hegel hat einmal gesagt, dass die Negativität die treibende Kraft des Fortschritts sei. Damit widerspricht er natürlich dem Alltagsverstand, denn der Alltagsverstand sagt uns etwas anderes. Er sagt, man soll nicht so negativ denken, man soll positiv denken, das Positive wäre doch viel besser. Und ich möchte Sie einfach mal bitten, sich auf der Zunge zergehen zu lassen, was dieses Positivdenken eigentlich bedeutet. Was erwartet der Alltagsverstand, wenn er sagt, man muss positiv denken? Was ist das eigentlich? Wahrscheinlich werden Sie mir zustimmen, dass es so eine Art ganz tolles Gefühl ist, das sich einstellt, wenn man bestimmte Worte hört. Das ist auch der Grund, warum das Wort Ethik immer ethisch klingt und das Wort Ackermann immer unethisch. Wenn Sie das Wort Gerechtigkeit hören, das klingt unheimlich toll. Wenn Sie das Wort Rache hören, sieht es schon wieder ganz anders aus, obwohl es das Gleiche sein kann. Ich will Ihnen ein schönes Beispiel geben, wie Sie sehen, wie die Sprache in der Lage ist, uns ein solches Gefühl zu vermitteln. Wer von Ihnen hat sich mal mit Heinrich Heine beschäftigt? Das werden Sie bald noch tun, wenn Sie es noch nicht getan haben. Das ist ein großes Vergnügen. Heinrich Heine hat mal in einer Notiz von seinem bescheidenen Leben geschildert. Er sagt, ich habe also ganz wenig Ansprüche. Ich brauche überhaupt nicht viel für mein Leben. Es genügt mir ein bisschen Obst, frisches Obst zum Frühstück, eine gute Milch, Eier und Brot. Ich wohne gerne in einem netten kleinen Haus und das genügt, wenn da ein Tisch, Stühle, Schrank, ein paar Fenster sind schön, ja, eine Türe. Und wenn es der liebe Gott ganz großartig mit mir vorhat, dann ja, dann sogar da draußen ein paar Bäume, Fruchtbäume, kräftige, kräftige Äste. Ja, was glauben Sie, wie es weitergeht? Klingt doch schön, oder? Ja, und dann sagt er, ja, und wenn es der liebe Gott noch besser mit mir meint, dann lässt er an jedem dieser Bäume fünf meiner Feinde aufhängen. Ja, man muss seinen Feinden vergeben, aber nicht eher, als bis man sie gehängt hat. Hier haben Sie also einen ersten Gedanken, einen ersten Eindruck vom negativen Denken und Sie haben auch zugleich bewiesen, dass es wirkt, denn Sie haben gelacht. Und kann es natürlich auch sein, dass Sie aus Höflichkeit gelacht haben, aber ich nehme mal an, das ist nicht der Fall, weil Sie ja gar nicht wissen, wie ich mit Leuten umgehe, die nicht lachen, wenn ich etwas Heiteres erzähle. Also ich nehme mal an, Sie haben einen Grund gehabt zu lachen und bitte bereiten Sie sich darauf vor, dass ich Sie noch fragen werde, was denn dieser Grund war. Aber bis dahin müssen wir uns noch ein bisschen mit dem Widerstand und dem negativen Denken in seinem Verhältnis zum Positiven beschäftigen. Das positive Denken hat einen großen Nachteil. Es verleitet uns Menschen dazu, sehr merkwürdige Fehler zu machen und es führt auch dazu, dass wir sehr beharrlich sind, wenn wir diese Fehler nachher verteidigen. Sie können so etwas erleben tagtäglich. Ich nehme solche Erfahrungen gerne auch aus dem erlebten Menschen, aus den Menschenbegegnungen und eine der schönsten war ungefähr vor einem Jahr, als meine Frau, eine Lehrerin aus der Schule kam und sie berichtete von einer, von einem Autisten, den sie doch besonders gern hat, dem sie gerne zuhört und den sie dann auch gefragt hat, was machst du denn so, was sind denn deine Hobbys? Und er sagte, ja, ich bin bei der Feuerwehr. Und weil ich bei der Feuerwehr bin, interessiere ich mich für pyrotechnische Dinge. Merken Sie es? Ich habe meiner Frau dann gesagt, das ist schon komisch. Da muss man aufpassen, denn immer wenn man das Wörtchen weil in einer moralischen Rechtfertigung hört, ist das Wörtchen obwohl besser angebracht. Und wenn Sie das jetzt übersetzen und sagen, obwohl ich bei der Feuerwehr bin, interessiere ich mich für pyrotechnische Dinge, dann wird ein Schuh draus. Denn eigentlich interessiert sich der Kerl doch fürs Feuerlegen. Aber es gibt ja keine Vereine, wo man sich mit Feuerlegen beschäftigt. Da nimmt er das Zweitbeste und geht halt zur Feuerwehr. Und dann fragt die Lehrerin auch noch, was sie macht. Und da klingt das nun auch nicht gut, wenn man sagt, also ich spiele gern mit dem Feuer. Da klingt das ja viel besser, wenn man dann sagt, also ich kümmere mich darum, dass die Schäden, die entstehen, wenn Leute zu viel mit dem Feuer spielen, etwas kleiner werden. Das wollte die Lehrerin hören. Und hier haben Sie wieder diesen merkwürdigen Fehler. Oder vielleicht zum ersten Mal greifbar. Denn das fühlt sich viel besser an zu sagen, ich muss mich ja um die pyrotechnischen Dinge kümmern, aus reiner Pflichterfüllung sozusagen. Nicht, weil es Lust macht. Wenn man so eine Möglichkeit hat, ist dieses überwältigende gute Gefühl da. Und das erlaubt diesen Denkfehler, dass wir nämlich die eigentliche Wahrheit nicht aussprechen, sondern das Gegenteil. Denn was ist da jetzt passiert im Bewusstsein dieses Schülers, dass er uns im Grunde angelogen hat? Denn er hat ja verschwiegen, dass ihn eigentlich das Feuer viel mehr interessiert, als das Feuer löschen. Hier sind Sie in einem Feld, wo wir mit dem positiven Denken sehr oft, ohne es zu merken, schlimme Erfahrungen machen, nämlich beim Moralisieren. Niklas Luhmann hat einmal gesagt, man müsste Ethik so formulieren, dass er als eine Warnung vor der Moral verstanden werden kann. So etwas ist hier nötig. Wenn wir dieses gute Gefühl haben, dass uns vor allem die Dinge geben, die mit gut sein, und die Hauptworte dafür sind ja auch Ethik und Moral, zu tun haben, dann passiert sehr oft etwas, dass wir eine wichtigere Wahrheit zum Verschwinden bringen. Und etwa wie auch Claire Saranassian in diesem schönen Stück Besuch der alten Dame, wo sie ja sagt, ich will diesen alten Ill tot haben, den Sarg habe ich gleich mitgebracht, denn ich will Gerechtigkeit. Er hat mich damals sitzen lassen mit dem Kind und so weiter. Jeder weiß, dass sie Rache will. Aber das Wort Rache kommt nicht ein einziges Mal vor in dem Stück. Das Wort Gerechtigkeit klingt viel besser und das lässt es auch zu, dass wir dieses unangenehme Gefühl wie Rache einfach zum Verschwinden bringen. Das ist der stärkste Faktor, an dem wir uns immer darauf besinnen sollten, das negative Denken, mit dem ich Sie gleich noch mehr vertraut machen werde, bei uns wachzurufen. Und wie das geschieht, wenn wir mit moralischen Dingen zu tun haben, möchte ich gerne noch ein bisschen vertiefen. Zunächst mal, Sie kennen alle die Geschichten, mit denen uns Psychologen, Philosophen in Denkschwierigkeiten stürzen wollen. Solche Geschichten gibt es auch, wenn man nur ganz normale Kleinigkeiten erlebt, die Sie dort, wo das Moralische zum ersten Mal auftaucht und vielleicht auch ohne, dass man es merkt, bekämpft werden kann, erscheint. Eine solche Sache finden Sie in der Geschichte, die in der Finanzkrise besonders häufig erzählt wurde, nämlich die Phönizier haben das Geld erfunden. Aber warum so wenig? Und hier sind wir zunächst an der Stelle, wo ich Sie gerne fragen möchte, warum haben Sie denn gelacht, wenn es nicht aus Höflichkeit war? Auch das gehört jetzt zum negativen Denken. Solange ich Sie nicht frage, wissen Sie das alle? Sobald ich die Frage stelle, hört das Wissen auf und Sie fangen an mit dem, was wir in der Philosophie Denken nennen. Das ist anstrengend, deswegen haben wir die Heizung auch hier nicht so hoch gedreht. Da steigt also der Energieverbrauch im Gehirn und das können Sie buchstäblich hören. Achten Sie einmal darauf, ich frage noch einmal, warum haben Sie gelacht? Hören Sie es, wie die Drehzahl des Denkens erhöht wird, aber es nützt nichts. Es kommt nichts hervor. Und hier haben Sie das Problem mit dem Positiven. Jeder möchte gerne denken und er glaubt, das ist auch ganz leicht. Wir sagen Leuten, denkt doch mal nach, ohne Ihnen mitzuteilen, was Sie eigentlich tun sollen, wenn Sie nachdenken. Und an der Stelle passiert etwas, was Sie vielleicht nie wieder vergessen sollten. Denn Sie wissen, was an dieser Stelle witzig war, sonst hätten Sie nicht lachen können. Aber Ihr Bewusstsein, Ihre Sprache, Ihre Denkfunktionen sind nicht in der Lage zu wiederholen, was Sie eigentlich schon wissen. Und an dieser Stelle ist es normalerweise so, dass etwas passiert, was ich mal bei Bankern erlebt habe. Also nicht bei der Bayerischen Hypo, sondern bei einer ganz anderen Bank. Man sitzt sich mit den Leuten zusammen und fragt sie auch, was ist jetzt das Spannende an dieser Geschichte? Und dann hört man wieder, wie die Drehzahl des Denkens sich steigt, wie es richtig heiß wird im Raum. Und an der Stelle steht ein Mann auf und er sagt, ja, es ist einfach so, dass man aufpassen muss, an welcher Stelle man mit dem Geld umgeht und dass man nicht zu viel in den Umlauf bringt. Und jeder sieht, das war kein bisschen witzig. Er hat nicht beschrieben, warum das witzig war, sondern hat irgendeinen Nebenschauplatz eröffnet. Und bevor ich die Antwort auf diese Frage gebe, möchte ich das noch ein bisschen steigern mit Ihnen. Also nochmal aufs Geld zurück. Eine Geschichte, die Sie erleben können, wenn Sie mal Rätsel sich aus dem Internet herunterladen. Da gibt es also das berühmte Rätsel der 30 Euro, die Sie bei drei Männern jeden Sonntag erleben können, wenn Sie zum Frühschoppen gehen. Macht man das in München? Frühschoppen, man fängt um 7 Uhr an und um 14 Uhr geht man dann irgendwo raus. 9 Uhr und Weißwurst. Gut, also 9 Uhr und Weißwurst, dann so um 15 Uhr, die drei Männer wollen das Restaurant verlassen und sie bezahlen. Und da gibt jeder der drei Männer 10 Euro dem Kellner und der Kellner bringt die 30 Euro nun zum Wirt und der Wirt sagt, halt, das kostet aber nur 25 Euro. Passiert in München nicht. Aber in Frankfurt ist sowas schon passiert. Dann gibt er ihm nämlich 5 Euro zurück und der arme Kellner kann die 5 Euro nicht durch drei teilen. Was macht er? Er steckt 2 Euro in die eigene Tasche, hat jetzt noch 3 Euro übrig und gibt jedem der Männer einen Euro zurück. Vorher hatte jeder 10 Euro gegeben, jetzt kriegt jeder einen zurück. Wie viel hat dann jeder gegeben? Auch in München? 9 Euro. 3 mal 9 macht? 27. Plus die 2 Euro in der Tasche des Kellners? 29. Fehlt ein Euro. Vorher waren es 30. Wo ist der Euro geblieben? Sehen Sie und wieder lachen Sie. Das ist interessant, weil wer von Ihnen ist denn der Meinung, dass da überhaupt nichts zu lachen dabei ist? Das ist eine ganz normale Rechnung. Da fehlt einfach ein Euro an der Rechnung. Wer ist der Meinung, das ist ganz normal? Keiner. Auch hier haben Sie es wieder. Sie wissen, hier stimmt etwas nicht. Aber Ihr Bewusstsein ist nicht in der Lage, genau zu sagen, was los ist. Und wieder bringe ich das auch in einer Bank vor und jetzt steht eine Frau auf, als ich sie fragte, was ist hier das spannende und die sagt, ja, man muss immer aufpassen, wenn man Wechselgeld zurückkriegt. Sehen Sie, so schnell geht das und schon haben Sie einen Nebenschauplatz. Jetzt können Sie nämlich darüber diskutieren, wie viel Wechselgeld man zurückgibt. Das ist der normale Weg unserer Denkfunktionen. Wenn eine Aufgabe zu schwer ist, dann weiß man nicht, wie man sich konzentrieren soll, nimmt das erste Angebot, um auch auf ein Feld auszuweichen, wo das viel leichter geht und dort wird jetzt richtig geackert. Das machen die an der Universität übrigens auch so. Da entstehen Bibliotheken über Bibliotheken an Büchern, über die andere Studenten nachher Doktorarbeiten schreiben müssen, die wiederum nur andere Studenten lesen, die eine Doktorarbeit schreiben müssen. Der Roland hat diese Geschichte ja bereits geschildert. Das sind sehr oft Nebenschauplätze und nun müssen irgendwelche Leute kommen und müssen das wieder zum Wesentlichen zurückführen. Was ist aber das Wesentliche daran? Wir haben also jetzt zwei offene Fragen. Die eine Frage ist der Phönizia-Witz. Warum ist die Sache so witzig? Phönizia haben das Geld erfunden, aber warum so wenig? Hat jemand die Antwort? Wenn Sie das mal im Freundeskreis machen... Das ist jetzt auch eine gute Antwort, aber Sie sehen, sie gehört jetzt noch zu einem anderen Fall. Sie ahnen was, Sie ahnen etwas und das kommt schon auch vor. Wir werden das gleich noch ein bisschen üben. Also ich würde sagen, Sie haben was Leuten hören, wissen aber noch nicht, wo die Glocken hängen an der Stelle. Es ist so, dass wir, wir werden es gleich auch testen, dass wir zunächst mit unserem Verstand nah rankommen. Die normale Arbeitsweise des Verstandes ist jetzt so, dass er irgendwelche Bruchstücke von sich gibt, die damit zu tun haben, was das Problem ist. Und wenn wir uns weiter konzentrieren, werden diese Bruchstücke auch fester und werden ganze Sätze und am Ende könnte sogar sein, dass die Sache präzise ausgesprochen ist. Bevor wir also zu den zu dem fehlenden Euro kommen, nochmal zurück zu dem Phönizia und warum Sie so wenig Geld erfunden haben. Wenn Sie das in einem Freundeskreis machen, werden Sie verschiedene Antworten kriegen und testen Sie es aus. Meistens in unvollständigen Sätzen. Meistens hat es irgendwas mit der Sache zu tun, manchmal aber auch gar nicht. Das ist die normale Arbeitsweise unseres Verstandes. Der muss geschult werden, sich zu konzentrieren auf die Sache, damit er nicht in diesen Fragmenten stecken bleibt. Und ich will Ihnen jetzt mal ein Beispiel geben, wie Sie sehen, was hier passiert ist. Der Grund, warum Sie gelacht haben, hat zwei Bestandteile. Der erste Bestandteil ist, Sie alle wissen, dass man Geld nicht beliebig vermehren kann, ohne dass es aufhört, Geld zu sein. An diesem Wissen ist etwas, was Sie bitte festhalten müssen, denn entscheidend ist, dass Sie das nicht an der Universität gelernt haben, auch nicht in der Schule, sondern aus dem praktischen Umgang jahrzehntelang mit dem Geld. Sie haben ein Fingerspitzengefühl entwickelt, was es bedeutet, Geld zu sein und Sie spüren sofort, was es bedeutet, wenn es das nicht mehr ist. So schnell arbeitet Ihr Unbewusstes und da entsteht das Wissen, auf das Sie sich verlassen können meistens. Nur wenn Sie anfangen, über das zu sprechen, was Sie schon wissen, dann entstehen Fehler, die wir uns gleich noch genauer angucken. Das war aber jetzt der erste Bestandteil des Grundes, warum Sie gelacht haben. Noch gar nicht so witzig, wie man so will. Der andere Bestandteil ist nämlich der, jeder von Ihnen kennt die heimliche Lust, so eine Druckmaschine im Keller zu haben. Und sehen Sie, jetzt ist das Lachen auch wieder da, mit dem Sie beliebig viele Geldscheine drucken können. Keiner von Ihnen erlaubt sich aber, eine solche Druckmaschine zu besitzen. Wenn Sie eine solche hätten, hätten Sie zum Beispiel nicht lachen können und es auch nicht heiter finden können. Sehen Sie, da kriege ich es sich schon noch leichter. Also hier passiert das Zweite, was Sie bitte festhalten müssen, in diesem Erlebnis ist die heimliche Lust begraben. Hier sind wir beim Witz als einem der schönsten Beispiele für negatives Denken. Im Witz machen Sie Erfahrungen mit dem, was nicht sein soll, aber in einer Weise, dass Ihnen höchst vertraut ist, was nicht sein soll, ohne dass Sie es aussprechen müssen. Es ist einfach so unter der Oberfläche dabei und trägt die ganze Spannung der Sache. Und wenn die Lust nicht wäre, das Verbotene zu tun, dann hätten wir weder eine Ethik, noch könnten wir lachen. Jeder Witz bedient sich, oder fast jeder Witz bedient sich irgendwelcher Leute, die einen Schaden haben dabei. Deswegen sind manche Witze auch verboten, weil sie immer auch diskriminierend sind. Zurück zu unserem zweiten Beispiel mit der Rechnung. Wer das noch nicht kennt und inzwischen nachgedacht hat, wissen Sie, wo der Euro geblieben ist? Herr Lidl, das ist ein wichtiger Name. Herr Lidl, Sie haben sogar die Regel schon exakt formuliert. Hier ist einfach passiert, was ich ausgebeutet habe und vergessen Sie nicht, wie leicht so etwas auszubeuten geht, dass Sie alle schon seit der Schulzeit Probleme mit Textaufgaben haben. Wenn da irgendwelche Texte sind, die man in mathematische Regelwerke bringen soll, dann sind die meisten von Ihnen früher oder später ausgestiegen. Jetzt ist diese Erinnerung wieder wachgerufen und da hat der Verstand sich stillgestellt. Und dann noch dazu eine leichte Unsicherheit. An der Stelle, wo nur einer, der die Regel genau kennt und sie genau verbindet mit seinen elementaren Erfahrungen spürt, dass man die zwei Euro nicht zu den 27 addieren darf, sondern dass man sie abziehen muss davon. So wie man auch die drei Euro, die man aufgeteilt hat, von den 30 Euro abgezogen hat. So stimmt die Rechnung wieder. Also das Fazit aus diesen Übungen lautet, dass wir erstens ein sehr genaues Wissen von der Welt haben, ein sehr genaues Wissen, was wir erwarten dürfen, aber eine sehr schlecht funktionierende Beschreibung der Regeln, nach denen wir überprüfen können, ob bestimmte Aussagen, bestimmte verständliche Urteile richtig oder falsch sind. In diesen Schwächen erleben wir die größten Katastrophen, die wir machen, wissen, denn dann wird uns eine 5 für eine 4 vorgemacht und so weiter und wir merken nicht, was los ist. Der einzige, die einzige Kraft, die wir haben, ist die Rückerinnerung an das, was wir wirklich wissen aus der Erfahrung. Das heißt, die Negation dessen, was uns als ein positiv bestimmtes Wissen in den Schuleinheiten mitgeteilt wird und die Rückbesinnung auf das, was im freudianischen Denken das Unbewusste ist, das auch im Wertmaßstab etwas sehr Negatives ist, das Unbewusst ist und eine dunkle Macht, da findet man Sachen, die man lieber nicht sehen will, man deckt es am liebsten zu, man taucht nicht so gerne darin ein, man bewegt sich doch lieber im hellen Licht der Vernunft und in dem, was wir so gut von uns aussagen können. Also diese Erlebnisse führen uns zu einem Element, das ich jetzt mit Ihnen auf der Ethik einmal trainieren möchte, um Ihnen anschließend zu zeigen, wo wir dem negativen Denken besonders begegnen und wie wir daraus lernen können, es fruchtbar für unsere Erkenntnisfortschritte zu nutzen. Hierzu will ich an diese psychologischen und philosophischen Probleme erinnern, die Ihnen immer mal präsentiert werden, die nennt man ethische Dilemmata. Die meisten von Ihnen kennen das Lorendilemma, das ist diese Geschichte, wo also in so einer Bergwerkslore Menschen drin sitzen sollen, die jetzt auf den Abgrund zurollen und nicht bremsen können und dann sind sie tot. Das ist so langweilig, das will ich mit Ihnen gar nicht mehr machen, sondern wir nehmen eine gesteigerte Version. Wir nehmen eine Version, in der Sie Ärzte sind. Also so ein positiver Beruf mit einem weißen Anzug, mit der weißen Weste. Sie sind richtig guter Arzt, Sie haben eine Praxis und jetzt kommen fünf Leute zu Ihnen aus so einem lohren Unglück. Sie sind irgendwo am Ende eines Gleises abgestürzt und die sehen ziemlich übel aus. Einer sieht so übel aus, dass wenn Sie den nicht sofort behandeln, dann stirbt der. Wenn Sie den aber sofort behandeln, haben Sie keine Zeit mehr, die anderen vier zu behandeln, dann sterben Ihnen die anderen vier also weg. Sie können aber, und das wissen Sie, die anderen vier gleich behandeln und den fünften sterben lassen. Dann wissen Sie, die vier haben Sie wenigstens gerettet und zwar ganz sicher, da sind Sie aber auch den ganzen Tag beschäftigt. Nur der fünfte ist dann halt tot. Sie kennen alle diese Leute nicht und das, was ich sage, gilt jetzt einfach mal. Wie verfahren Sie? Kümmern Sie sich um die vier Leute, die Sie retten können oder kümmern Sie sich um den einen? Der stirbt, wenn Sie nicht sofort behandeln. Wer von Ihnen kümmert sich um die Vieren? Ganz deutlich kann man sagen, es ist die Mehrheit, ja? Wer kümmert sich um den einen? Ach, das kann nicht sein. Wenigstens eine, ja. Das finde ich auch. Das steht ihm zu. Also normalerweise sind das so fünf bis zehn Prozent, aber wie auch immer. Es kann auch sein, dass die anderen unehrlich sind. Das ist auch eine Form des negativen Denkens, aber macht nichts. Die Begründung, warum würden Sie diesen Vieren helfen und nicht dem einen? Das ist die wahre Begründung? Ja. Bleiben Sie dabei? Anderen auch? Jemand eine andere Begründung? Also dann verschärfen wir das Problem. Jetzt sind Sie nicht nur der Arzt in weiß, sondern jetzt sind Sie der beste Transplantationschirurg, beste Transplantationschirurgin weltweit. Und nun kommen nicht Leute aus einem Unfall, sondern vier Patienten, die dringend ein Transplantationsorgan benötigen. Der eine braucht ein Herz, der andere braucht eine Lunge, wieder einer braucht ein Gehirn, noch einer braucht ein Pankreas oder so etwas. Und das Problem ist nur, Sie haben keine Transplantationsorgane. Und wenn Sie nicht sofort handeln, dann sterben Ihnen die vier Leute weg. Die sind sonst kerngesund und Sie kennen die auch nicht, Sie sind nicht verwandt. Sobald Sie ein Organ hätten, können Sie diese Lebens, diese Leben retten. Und jetzt fällt Ihnen ein, da ist ein junger Mann im Wartezimmer, der ist kerngesund. Der ist nur mal zu einem Check-up gekommen und er schläft gerade. Sie brauchen also nur eine Narkose zu setzen und dann wacht er nie wieder auf. Das tut noch nicht mal weh. Sie können alle Organe dort herausnehmen und jedem dieser Leute, die ein Transplantationsorgan benötigen, ein solches Einpflanzen. Sie haben damit wieder die Möglichkeit, vier Leben zu retten. Eins geht halt drauf. Wenn Sie das nicht machen, sterben vier und einer lebt halt, wenn er ausgeschlafen ist. Wer von Ihnen würde also jetzt den Mann im Wartezimmer? Wo sind die mit vier zu eins? Warum würden Sie jetzt nicht? Weil jetzt hier die Situation eine andere ist. Weil in dem ersten Fall, den Sie geschildert haben, habe ich jemanden, der an der Stelle des Todes ohnehin steht. Oder ich glaube es zumindest. In dem zweiten Fall habe ich einen vollkommen gesunden Menschen, mit dem nicht ersichtlich irgendetwas passieren würde. Ja, ja, ja. Und ich denke, das ist das, was Sie jetzt mal das Denken umschalten lassen. Ja, 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 ja. Bitte? Nein? Ja, da. Sie haben noch eine andere Möglichkeit. Sie haben gesagt, die vier, die Kanz und die Kanzler... Ja, reden Sie mal nicht weiter. Ich weiß schon, das ist klasse. Bitte, entschuldigen Sie, noch nicht verraten, das kommt manchmal vor, dass einer so klug ist. Und das ist nicht so, dass ich ihn jetzt nicht zu Wort kommen lassen will, aber ich will Ihnen den Spaß nicht verderben einfach. Deswegen lassen wir das nochmal weg. Ich weiß, dass die meisten eine ähnliche Erklärung geben. Und Sie können dieses Beispiel auch sich immer wieder anschauen. Das macht der Michael Sandel sehr gut in Harvard. Und er nutzt das, um zu zeigen, dass das ein Beweis sei dafür, dass wir Menschen kategorisch gültige Werte haben. Wir würden also nicht Menschenleben miteinander verrechnen, wenn es darum geht, richtig Hand anzulegen. Alle Menschen auf der Welt würden das nicht tun. Und Sie werden, außer Jack the Ripper, ganz wenige, die sind einfach für uns nicht richtig zurechnungsfähig, die erklären wir für wahnsinnig. Sie werden auf der Welt sonst keine Menschen finden, die an der Stelle sagen, komm, nimm den armen Kerl, der ist... Irgendwann muss er sowieso sterben. Und vielleicht sogar in dieser Nacht. Also es gibt immer Begründungen für so etwas. Die werden Sie aber normalerweise nicht hören. Sie hören immer das, was dieser Philosoph, der Philosophie-Professor, ganz linientreu auch dann als den kategorischen Imperativ herleitet. Hier gibt es absolute ethische Werte, die wir nicht in Frage stellen. Wenn Sie sich aber einmal anhören, was jemand wie Sie zu sagen hat. Sagen Sie es jetzt bitte mal. Ja, naja, die vier Menschen, die da also in den Finanzministerium brauchen, haben ja jeweils ein Organ, was versagt. Und alle anderen sind ja völlig in Ordnung, wie wir es waren, aber die sind ja sonst gern gesund. Das heißt, man könnte sich vielleicht überlegen, welche der vier Transplantationen ist die schwierigste. Und wer hat Pech gehabt, um eben beide fahren. Ja, warum sind Sie nicht auf die Idee gekommen? Ich wusste, dass das kommt. Wir haben es nicht vorher abgesprochen. Das zeigt, wie berechenbar der menschliche Verstand ist. Wenn man erst mal die Regeln kennt, sozusagen. Also das ist sehr richtig. Also es gibt immer mal jemanden, der sieht sofort, wo ist da das Problem? Ich brauche doch nur zu warten, bis der erste an seinem Organ stirbt, an dem Kranken. Und dann hole ich mir die anderen Organe und die kriegen die anderen drei eingepflanzt. Plus den Mann im Wartezimmer habe ich auch vier gerettet und einer ist gestorben. Ich brauche nur noch drei. Bitte? Ich brauche nur noch drei. Ich brauche nur noch drei Organe. Die sind in dem Toten dann schon drin. Genau. Aber der andere, der da schläft, der braucht gar keine herzugeben. Der braucht nicht als Spender aufzutreten. Und damit habe ich vier Leben gerettet und eines ist tot. Genau die alte Rechnung wieder. Die kann ich erhalten. Das ist das Entscheidende, was ich Ihnen sagen will. Dieses tolle Gefühl des Gutseinwollens. Wo wir uns gefallen, es gibt kategorisch gültige Werte und wir Menschen haben sie. Im ganzen Universum gibt es diese Werte nur bei Menschen. Und da es nur auf diesem Planeten Menschen gibt, haben wir sie. Eine unglaubliche Großartigkeit steckt dahinter. Und die verhindert, dass sie im entscheidenden Moment auf Alternativvorschläge kommen. Der Verstand wird auch hier wieder durch die große Leidenschaft am Positiven stillgestellt. Und er kommt nicht auf die Idee, dass vielleicht etwas ganz anderes der Grund war, warum sie hier nicht Hand an den schlafenden Kerl im Wartezimmer anlegen. Und den Grund will ich Ihnen jetzt mal verraten. Der ließe sich empirisch messen. Ich habe das noch nicht getan. Aber ich hoffe, das werden mal Doktoranden versuchen, in einer Doktorarbeit zu beweisen. Der Grund, warum sie hier sagen, da mache ich nicht mit, liegt daran, dass sie alle blitzschnell wissen, dass der nächste Besuch beim Arzt höchst tödlich für sie wäre. Und daran, dass sie lachen, erkennen wir, dass sie genau erkannt haben, das ist der eigentliche Punkt. Sie brauchen diese kategorisch gültigen Werte überhaupt nicht. Sie brauchen nur die Besinnung darauf, was sie in dieser Welt als Menschen erwarten dürfen und was nicht. Und da haben sie einfach blitzschnell aus der Erfahrung mit Menschen und aus dem, was sie erwarten dürfen, gemerkt, wenn das jetzt durchbricht, dieser Damm, kann ich nicht mehr guten Gewissens zum Arzt gehen. Ich muss ständig damit rechnen, dass der gerade vier Transplantationspatienten hat und ich mit meinem Heuschnupfen da gar nicht sonderlich gefährlich dran bin. Das ist das eigentliche Problem. Wir spüren sofort, wie gefährlich es für unser eigenes Leben und im übertragenen Sinn, jetzt ethisch, moralisch gesehen, für die ganze Gesellschaft ist, wenn wir solche Erlebnisse zur Selbstverständlichkeit werden lassen. Aber in dem Gefühl, etwas Positives zu sein, wir sind doch gut, fallen uns die stärkeren Beweggründe nicht ein und wir kommen sogar oft dazu, zu lügen. Wir behaupten also etwas anderes, als unser wirkliches Dafürhalten für richtig hält. Und wie dieses geschieht, das wollen wir jetzt auch noch ein bisschen üben und ein bisschen sichtbar machen. Also so, wie wir abweichen von dem, was wir wissen, wenn wir über dieses Wissen versuchen zu sprechen. Und damit das nicht ganz so trocken wird, will ich das mit einer einfachen Sache beschreiben, an der Sie erkennen können, wie negatives Denken funktioniert und wo es seine eigentliche erkenntnisfördernde Kraft entfaltet. Da gibt es diese Geschichte, treffen sich zwei Jäger, beide tot. Auch hier wieder, ne? Wieder haben Sie gelacht. Und warum? Das dürfte jetzt schon leichter fallen. Wunderbar, das ist schon höchst präzise von Barbara. Sie hat auch schon mal bei mir Seminare besucht, kann ich Ihnen also nur werbend ankündigen. Also die Doppeldeutigkeit des Wortes. Und das geht sogar jetzt noch präziser. Wer könnte es noch präziser machen? Man hat auch wieder gemerkt, es ist kein vollständiger Satz gewesen, aber es ist präzise das Wissen, das sie hat, erst mal in der Sprache hingespuckt. Aber das ist in Ordnung, das genügt schon mal. Das könnte schon ein vollständiger Satz sein, wenn man es wirklich hintertut. So ist es. Machen Sie mal. Zwei Jäger treffen sich, aber gut. Achso. Ja, ich meinte jetzt die Antwort, warum das witzig ist. Das üben wir jetzt noch mal ein bisschen. Und während wir das Üben, das Beschreiben, erfahren Sie etwas, was Sie nirgendwo in einem Schulbuch lesen können. Und was ich sehr bedauert habe, auch an der Universität nicht gelernt zu haben. Nämlich, was das eigentlich ist. Dialektik. Sie haben hier einen Verschiebungswitz vorliegen. Und mit dem Wort Verschiebung kommt man ein bisschen weiter als mit dem Wort Doppeldeutigkeit. Verschiebung deswegen, weil Sie hier etwas anwenden, was sich zunächst der Erfahrung und dem Wissen, dass Sie aus der Erfahrung gewonnen haben, bildet. Nämlich, dass wenn wir einen Satz hören, der anfängt, treffen sich zwei, bauen wir die Erwartung auf aus der Erfahrung, ja, es handelt sich jetzt um zwei Menschen. Und da ist das Normale, dass die irgendwas miteinander tun. Normalerweise sprechen sie miteinander. Oder sie tauschen Geschenke aus. Oder sie umarmen sich. Oder irgendetwas. Und nun kommt eine zweite Aussage, beide tot, die bedient sich dieses Wortes Treffen in einer Nebenbedeutung. Das war die Doppeldeutigkeit, von der Barbara rückgesprochen hat. Diese Nebenbedeutung verwenden wir nicht so oft wie die erste. Deswegen fällt sie uns auch nicht ganz so schnell ein. Aber sie erlaubt uns, nein, vielmehr noch, sie zwingt uns, im Nachhinein die erste Bedeutung in Frage zu stellen. Das ist die Kunst des negativen Denkens. Und alle Dialektik funktioniert nach diesem Mechanismus. Sie haben eine Aussage, die eine bestimmte Erwartung, die Sie aus der Erfahrung kennen, festlegt. Sie haben eine zweite Aussage, die Sie nötigt, nachträglich die Bedeutung der ersten Aussage zu revidieren. Nun haben Sie also eine These, eine Antithese und aus dieser rückbezüglichen Neubesinnung auf die erste Bedeutung gewinnen Sie eine reichere neue Bedeutung. Das nennt man die Synthese. Also das Wort Treffen in diesem Fall hat jetzt für Sie eine größere Bedeutung, als es die vorher hatte. Und im Witz ist es natürlich so, da wird immer noch was Peinliches berührt, weil es ist ja so, wenn zwei Jäger sich treffen und dann tot sind, dann haben sie ihr Geschäft nicht richtig gemacht. Bei zwei Lehrern wird es ganz ähnlich sein. Ich weiß, ja, ja. Da ist was hineingerutscht, was da nicht hineingehört, aber eigentlich doch hineingehört. Das ist das gefährlich. Auch hier wieder das negative Denken, das aus der Verdrängung herauskommt. Aber nochmal zurück, wir konzentrieren uns auf den Mechanismus dieses Dialektischen und des Negativen. Wenn Sie das anwenden können, dann verstehen Sie, Ihr Wissen zu erweitern. Und die treibende Kraft, die Erweiterung, ist die Fähigkeit, eine alte Bedeutung in Frage zu stellen oder eine Bedeutungsverschiebung vorzunehmen. Eine solche Bedeutungsverschiebung können Menschen, die keinen Humor haben, meistens nicht vornehmen. Die beharren darauf, dass etwas, wie es gerade so ist, auch immer so bleiben muss. Sie wehren sich dagegen, dass es irgendwie auch noch anders sein könnte. Wenn Sie in einem Unternehmen arbeiten, in dem man kreativ sein muss, werden Sie sehen, dass die Menschen, die diesen Humor nicht haben, auch nicht kreativ sind. Im Gegenteil, oder im anderen Fall erkennen Sie, die meisten Nobelpreisträger und Nobelpreisträgerinnen sind unglaublich humorvoll. Also es hat mit dieser Fähigkeit zu tun, eine Bedeutung in eine andere Bedeutung hineinzuverschieben. Und aus diesem Doppelsinn eine neue Bedeutung zu gewinnen. Wir können das jetzt noch ein bisschen weiter üben. Also wenn man das auf einen anderen Satz überträgt, der jetzt weniger ein Witz sein muss, sondern Heinrich von Gleist hat mal gesagt, nur wer für den Augenblick lebt, lebt für die Zukunft. Klingt das gut? Klingt gut. Also uns gefallen solche Sätze normalerweise, aber Sie haben nicht gelacht, das war in dem Fall auch richtig. Auch niemand aus Höflichkeit, das ist auch richtig gewesen, denn das war jetzt nicht witzig. Aber wir lieben solche Sätze, weil sie verdichtet uns ein Wissen mitteilen, ohne dass wir nachdenken müssen dabei. Wir haben das Gefühl, da stimmt etwas dran, weil uns im Unbewussten genau dieser Erkenntnisgewinn vermittelt wird. Erst die Bedeutung, nur wer für den Augenblick lebt, bedient sich der gewohnheitsmäßigen Erfahrung, dass der Augenblick keine zeitliche Ausdehnung hat, keine Vorgeschichte hat, keine Nachgeschichte hat und so weiter. Und plötzlich kommt eine andere Bedeutung, nämlich für die Zukunft. Das, was der Inbegriff der Ausdehnung ist und sogar noch das, was kommen wird, was noch nicht festliegt, was also nicht die Vergangenheit ist. Und so wird der Augenblick für uns zu etwas, was er zunächst nicht gewesen ist, zu etwas, was sowohl in die Zukunft ragt, als auch in der Gegenwart seinen Platz hat. Solche Dinge gefallen uns deswegen, weil sie eine Wahrheit aussprechen, ganz verdichtet. Und wenn wir uns mit Philosophie beschäftigen, dann haben wir es damit zu tun, dieses Wissen, das uns so gut gefällt, auch möglichst genau in Sprache auszudrücken, sodass wir vielleicht sogar Regeln formulieren können und anschließend aus der Anwendung dieser Regeln systematisch ein Stück weiter kommen. So etwas passiert in der Dialektik. Vielleicht fällt Ihnen noch ein schöner dialektischer Satz ein. Es lebe der Tod. Immer bedienen Sie sich einer Erfahrung, einer Selbstverständlichkeit und der Möglichkeit, diese Erfahrung in Frage zu stellen. Dort, wo es heiter ist, machen wir das mit Humor. Dort, wo es erkenntnistheoretisch ist, machen wir das mit einem Erkenntnisinteresse. Aber immer hat es damit zu tun, dass wir die Bedeutung einer Sache ausweiten. Wenn Sie in der Dichtung schauen, dann weitet der Dichter durch solche Funktionen die Sprache. Shakespeare etwa bringt in seinen Sonetten eine schöne Zeile, an die ich gerne denke, in der es heißt, It is no love, my love, that thou mayst true love call. Es ist keine Liebe, meine Liebe, was du Liebe nennst. Es ist dreimal das Wort Liebe in einem Satz. Und er meint dreimal etwas ganz anderes damit. Aber an der Art und Weise, wie diese Worte zueinander stehen, in welcher Stelle sie im Satz gebracht werden, eröffnet sich sofort für uns eine neue Bedeutung, mit der wir dann auch arbeiten können. Und dieses Sprachliche ist natürlich das Hauptfeld, mit dem wir es zu tun haben, an dem wir wieder daran erinnert werden sollten, dass die Sprache nur dann eine wahre Sprache ist, wenn sie das Wahre ausspricht, was wir eigentlich schon wissen. Alles andere möchte ich als Pseudo-Denken und Pseudo-Sprechen bezeichnen. Nur das, was sie wirklich als ein Erfahrungswissen mit der Sprache ausdrücken, haben sie verstanden. Wenn sie irgendwelche Wertpapiere verkaufen und nicht wissen, wie der Wert zustande gekommen ist, dann handeln sie verantwortungslos. Wenn sie irgendwelche Worte gebrauchen, deren Bedeutung sie nicht verstehen, dann reden sie verantwortungslos. Das, was wir normalerweise in unserer Welt machen mit Sprache, hat sehr viel mit dieser Verantwortungslosigkeit zu tun. Wir haben das Sprechen gegenüber dem Denken verselbstständigt. Das Denken findet irgendwo statt und wir sagen etwas ganz anderes und unser Dafürhalten bewegt sich noch einmal irgendwo anders. Schauen Sie einen Moment auf die Bildung der Sprache. Dann sehen Sie, wie die Sprache etwas ist, was sich aus dieser Erfahrung gebildet hat, in der wir, um ein Stückchen biologisch zu werden, die vielleicht größte Funktionsfähigkeit unseres menschlichen Gehirns ausbeuten können. Nämlich, wenn Sie sich mal überlegen, als Kind haben Sie sicher auch schon so gerechnet oder wer hat nicht Kinder schon so rechnen hören, 26, 27, 28, 29, 10 und 20, 11 und 20, 12 und 20, die Franzosen rechnen heute noch so, zählen heute noch so und so weiter. Aber wie auch immer, wenn Sie so etwas erleben, dann sehen Sie, wie dieses Gehirn lernt, dass es Allgemeinbegriffe, in der Philosophie sagen wir, Kategorien bildet. Es hat also zunächst gemerkt, wie man so zählt und so weiter wie das geht, aber das Kind hat die Regel drauf und wendet sie mit Freude sofort an. Dann muss der Erwachsene kommen, und halt, jetzt gibt es eine Ausnahme bei 29, hören wir auf und dann sagen wir 30 und dann fangen wir wieder an. Das müssen Sie dem Kind meistens nur einmal sagen, dann hat es die neue Kategorie drauf und dann wendet es die sofort wieder an. Und so geht das weiter. Also unsere Sprache besteht genau aus diesen Kategorien, mit denen wir einen Erwartungshorizont aufbauen und bevor wir überhaupt gesprochen haben, hat sich in unserem Gehirn das Ende des Satzes oder wie es ausgehen kann, bereits gebildet und wir verfahren auch entsprechend, wenn wir etwas verstehen oder nicht verstehen oder auch das Gesagte so umdeutend, dass wir es verstehen können. Also wenn ich etwa etwas hochhebe und sage, diesen Fisch habe ich ihm geangelt, können Sie das verstehen? Da schauen Sie skeptisch. Weil Ihr Gehirn gelernt hat, aus der Kategorienbildung, dass nach der Präposition im stets ein Substantiv folgen muss. Wenn dieses Substantiv nicht folgt, findet kein erfolgreicher Fund im mentalen Mexikon statt und Sie verlieren die Lust an diesem Denken, da passiert nichts. Das hört einfach auf. Kann man übrigens auch sehr gut messen. Also durch die Verwendung grammatikalischer Strukturen blenden wir die Möglichkeit dessen, was kommen kann, aus. Denn wenn ihm kommt, sind all die anderen Worte, die keine Substantive sind, schon mal außen vor. Wenn wir also jetzt suchen, wie der Satz weitergeht, ist die Sache schon sehr weit eingeschränkt. Es wird also die aus der Erfahrung stammende Erwartung weitergeführt, hin zu einem Ziel und zum Schluss bleiben nur noch ganz wenig Möglichkeiten offen. Wenn wir das oft genug und gut gemacht genug gemacht haben, müssen wir eben wieder durch Witze oder sonst welches negatives Denken rausgeholt werden aus dieser Selbstverständlichkeit und wir müssen merken, dass es auch noch andere Bedeutungen gibt. Wir müssen kreativ werden und dann reichert sich das Ganze wieder an. Entscheidend bei diesen Dingen, die ich Ihnen hier mitgeteilt habe, ist, dass wir selber ein anderes Verhältnis zu dem gewinnen müssen, was wir eigentlich schon wissen. Und zwar, was wir wissen aus dem Umgang mit Menschen und dem praktischen Umgang in der Welt. Das wird zweitens ein sehr kritisches Verhältnis zu dem, was wir im Bewusstsein an Selbstverständlichkeiten mit uns tragen, ausbauen müssen und in der Lage sein müssen, dieses Bewusstsein vielleicht auch streckenweise vollständig einzureißen, um zu lernen, dass wir aussprechen, was eigentlich schon aus unserer Erfahrungswelt stammt. Das ist nicht immer leicht, aber das ist die Hauptaufgabe einer Negativität, die Sie im deutschen Idealismus auch lernen können. Wenn Sie sich mal 20 Jahre Zeit nehmen und die Phänomenologie des Geistes von Hegel lesen, dann werden Sie sehen, dass er damit arbeitet und dass er damit auch erklären kann, was das Bewusstsein ist. Und da bin ich bei dem letzten Punkt, über den wir uns alle wahrscheinlich eine viel zu große Illusion machen. Auch das Wort Bewusstsein ist ein solches positives Wort. Das klingt ganz toll. Wir haben Bewusstsein und das ist was Schönes und unsere ganze Ethik ist darauf aufgebaut, dass wir ein Bewusstsein haben. Und dieses Bewusstsein lobt sich selber besonders gerne und alles das, was es nicht ist, macht es natürlich auch nieder. Aber wie es entsteht, tut uns oft mal richtig weh zu verstehen. Und hier will ich Ihnen zum Abschluss eine weitere Regel mitgeben, die Sie nicht einfach nur im Kopf verstehen können und dann ist sie da, sondern die Sie stets neu erfahren müssen und irgendwann als selbstverständlich erleben können. Bewusstsein ist nichts anderes als bewusstes Sein. Wenn wir im Bewusstsein etwas haben, was nicht wir selber sind, haben wir ein falsches, ein unglückliches, ein fremdes, ein entfremdetes Bewusstsein. Wenn wir also das Bewusstsein haben, irgendeine Schauspielerin im Camp, im Dschungel irgendwo, ein Star zu sein, den man rausholen muss, aber wir sind es nicht, dann haben wir ein falsches Bewusstsein. Die meisten Menschen tragen ein solches falsches Bewusstsein mit sich herum, das aufgebaut ist, aus bestimmten Erwartungen, und Wünschen von anderen Menschen gebildet, die dieses Bewusstsein viel nötiger haben als wir selber und sie haben das eine nicht gelernt, aus dem, was ihre innigsten Erlebnisse sind, auch den bewussten Inhalt zu bilden. Das leistet auch das Wort Gewissen, auch das ist ein Schönglingwort, jeder möchte ein gutes Gewissen haben, natürlich, aber dass die meisten Übelkeiten auch schon mit gutem Gewissen vonstatten gingen, das vergessen wir dabei ganz schnell, das Gewissen an sich ist gar nichts, aber wenn sie das in das Lateinische oder in das Französische, ins Englische übersetzen, dann wird Consciousness, Conscientia draus, und das heißt zu Deutsch Mitwissen. Das Gewissen ist nämlich ein Mitwissen, denn jetzt tun wir das, was wir vorher ohne Wissen getan haben, Mitwissen. Das Bewusstsein, von dem ich Ihnen gerade erzählt habe, transportiert diesen Aspekt, der es möglich macht, dass Sie auf all diese ethischen Theorien gut verzichten können, wenn Sie das beherrschen. Denn dann tun Sie das, was Sie im Bewusstsein haben, als etwas, was Sie mit Wissen tun, und bevor Sie es im Bewusstsein hatten, haben Sie es ohne Wissen getan, aber trotzdem, es gehörte zu Ihrem Charakter, zu Ihrem Sein, selbstverständlich dazu. Also dieses Bewusstsein bildet sich auch nur, wenn Sie diese Kunst des negativen Denkens, die schönen Erwartungen, die wir mit Bewusstsein, Gewissen und Gutsein verbinden, außen vor lassen können, und wenn Sie versuchen, auszusprechen, was Ihr eigentliches Dafürhalten bedeutet, statt sich irgendwo auf einem Nebenschauplatz oder anderswo zu bewegen. An dieser Stelle danke ich Ihnen, dass Sie ein paar Rechenaufgaben mit mir gelöst haben, dass Sie mir aufmerksam zugehört haben und dass Sie manchmal auch über meine Witze lachen konnten und dass ich die Gelegenheit hatte, hier über das negative Denken zu sprechen. Vielen Dank. Ja, das ist wunderbar, dass Sie das sagen. Eigentlich müsste das viel vertrauter sein, das negative Denken, als es ist. Alle Wissenschaft funktioniert nur so, dass sie einen bestehenden Sachverhalt in Frage stellen kann. Aber hier kommt es darauf, was ist die sinnvolle Negation? Nicht irgendeine, also wenn ich zurückdenke an mein erstes Semester als Philosophiestudent und ich in Frankfurt am Main ein Buch aus dem Regal in der Bibliothek zog und dann hatte einer mit Bleistift an den Rand geschrieben, alles Quatsch. Das ist auch eine Art negatives Denken, aber Sie können das von der Dialektik sehr gut unterscheiden, weil das eine allgemeine Verneinung war. Das Entscheidende ist die konkrete Verneinung. Das Denken fängt dort an, wo Sie in einem ganz speziellen Fall sagen können, das ist Unsinn, weil das und das sich widerspricht oder weil vorher etwas anderes gesagt wurde, das eine andere Bedeutung hat. Dann fängt die ganze Sache an, sinnvoll zu sein. Oder wenn man sich fragt, der sagt nun, das Gehirn entscheidet, was ich tue. Wie kann ich das beweisen? Benjamin Lippet beispielsweise war so ein Wissenschaftler, ein Redlicher. Und er war fürchterlich unglücklich über sein Forschungsergebnis, dass der Hirnforscher, der vor 30, 40 Jahren das Experiment machte und den freien Willen der Menschen beweisen wollte. Da lässt er sie dann auf so einen Zeiger drücken, auf einen Knopf drücken, wenn ein Zeiger eine bestimmte Stellung hat in einem Zöpferblatt und dann wollte er an Hirnströmen messen, ob dann aufgrund dieser Entscheidung auch die Umsetzung stattfindet. Und was er gemessen hat, war, dass immer bis zu einer halben Sekunde ein eindeutiger Stromimpuls, ein Bereitschaftspotenzial messbar war, von dem der Kandidat gar nichts wusste und erst er nachher gesagt hat, jetzt habe ich mich entschieden. Dabei hatte er sich schon längst entschieden. Also der arme Benjamin Lippet hatte sozusagen das Gegenteil dessen bewiesen, was er beweisen wollte. Und da ist die Redlichkeit des Wissenschaftlers, dass er nicht verfahren ist wie manche andere, andere zum Beispiel, Geschichten erzählt man aus der Entstehungsgeschichte des Hauptwerkes von Charles Darwin. Eine Frau, die davon hört, was er geschrieben hat und sagt zu ihrem Bischof, das ist doch wohl nicht wahr, was da steht. Und wenn es wahr ist, müssen wir verhindern, dass die Menschen Kenntnis davon erlangen. Das ist das andere negative Denken. Also Lippet war in der Lage zu sagen, das ist nun das Ergebnis und dann machen wir da weiter. Ja, auch ein sehr schönes Wort. Jetzt würde das passieren, was ich mir wünsche von Philosophen. Jetzt haben wir also neue Beobachtungen, wie so ein Aufbau eines Erwartungshorizontes geschieht, welche Rolle das Unbewusste und solche Erwartungen haben. Und wir haben ein Wort Intuition, das in den Literaturen verschiedene Bedeutungen hat. Wenn man also bei einem Mystiker wie Meister Eckart von Intuition liest, dann ist das irgend so ein Geist, der von außerhalb kommt und plötzlich etwas bringt, eine Erkenntnis bringt. Oder wenn Sie Jakob Böhme, auch die gleiche Zeit, 16. Jahrhundert, in der Aurora oder die Morgenröte im Aufgabenlesen, das war ein Schuster aus Görlitz, der hatte nie Philosophie studiert und dann sitzt er eines Morgens bei seinem Frühstück, der Teller aus Zinn, die Sonne spiegelt sich, Blitz in seinem Kopf und dann fängt er an, Latein zu lernen und Philosoph zu werden. Das war für ihn Intuition, die kam von irgendwo außerhalb, hat ihm gesagt, das muss ich jetzt machen, das tue ich. Also wir würden jetzt studieren, was haben die Menschen, die von Intuition sprechen, damit eigentlich gemeint und wie plausibel ist es, das anzunehmen, wie viele notwendige Zusatzannahmen muss man machen, damit das plausibel wird und wenn man darauf verzichtet, kommt man zu dieser ganz nüchternen, materialistischen Erklärung, Intuition ist das, was sie hatten, als Barbara beispielsweise die Antwort gab auf die Frage, was ist daran witzig, wenn sich zwei Jäger treffen und tot sind nachher. Also wir haben eine Intuition und das bedeutet, wir haben Kenntnis von dem Erwartungshorizont. Das kann uns täuschen, auch da können wir falsch liegen, aber wenn wir das ausgebildet haben, liegen wir nicht so oft falsch, wie wenn wir glauben, um durch Rational Choice Theories alles erklären zu können. Das ist auch eine sehr schöne Frage. Hier kann man wieder sagen, das negative Denken, von dem ich spreche, muss man mit der Dialektik in Verbindung bringen und dazu gehört es, dass die These, die erste, einen Erwartungshorizont hat. Also das Kind hat insofern einen Erwartungshorizont, dass es schon Erfahrung hat und vieles ist auch schon pränatal gebildet oder auch genetisch festgelegt. Also etwa der Lachreflex, man lacht einen Säugling an und er lacht zurück, obwohl er gar nicht weiß, wie das geht. Also die Emotion, wie sich das anfühlt, wenn ein anderer lacht und wie ich das bei mir zur Resonanz bringe, ist auch bei einem Kind schon da. Jetzt haben wir die erste Voraussetzung schon. Wir können jetzt sehen, dass Sprache sich daran anschließt. Wir können beobachten, dass Menschen hier beim Wernicke- und Brokert-Zentrum an der linken Seite etwas haben, was Sprache ausbildet, was bei den Affen hauptsächlich aktiv ist, wenn sie beobachten, wie andere Affen etwas tun. Da sind die Spiegelneuronen besonders verschärft, mit denen wir nachahmen, was wir erlebt haben. Also die Negativität des Kindes beim Sprechen kann erst dann einsetzen, wenn es sich in der Sprache mindestens zweierlei Erwartungen, die einander widersprechen, aussetzt. Solange das nicht der Fall ist, wiederholt das Kind in der Sprache immer nur ein Erlebnis, das es vorher hatte. Mit den ersten Schritten. Darf ich Ihnen dazu mal was anmalen? Oder wir müssen auch nicht so lange darüber sprechen, aber es bietet sich jetzt einfach an, ein solches Spracherlebnis. Und zwar sind das zwei Kunstwerke, die ich selbst erfunden habe. Die heißen aber so, wie ein anderer sie genannt hat, der sie ähnlich genannt hat. Und ich zeichne diese beiden Kunstwerke jetzt mal freihändig an. Diese beiden Kunstwerke haben Namen und sie sagen mir dann, wie die heißen. Das eine, das ist das hier. und das andere ist das. Eines heißt Buba und eines heißt Kiki. Sie sehen es? Wie heißt das? Und wie heißt das? Woher wissen Sie das? Jetzt kommt wieder der Verstand, ganz langsam, es ist so rund. Es ist noch nicht präzise, aber was Leute hören, muss noch präziser werden. Übrigens, ja? Die Buchstaben sind eben rund, bei Buba und bei Kiki sind sie sehr spät. Sieht so aus, aber es machen auch Chinesen genauso, die diese Buchstaben nicht haben. Hat dieses Experiment sehr oft wiederholt. Also es ist alles nah dran. Übrigens, Sie haben das richtig gemacht. Es gibt natürlich auch Querdenker, die es genau umgekehrt sagen. Aber die sind immer in der Minderheit. Das sind in so einer Gruppe wie hier höchstens zwei oder drei Leute. Und das würde ich auch nicht als negatives Denken bezeichnen, sondern es ist einfach nur was anderes. Oder Sie nehmen das anders wahr. Das Entscheidende ist hier, dass man zeigen kann, dass wir in der Sprache nachahmen, was wir zunächst als eine Emotion in uns haben. Wir haben ein bestimmtes emotionales Gebilde, wenn wir das sehen und wenn wir das sehen. Und diese beiden Emotionen unterscheiden sich voneinander. Die gelungene Sprache ist nur dann überzeugend, wenn sie eine Wiederholung dieser Emotionen ist. Und das lernt das Kind zunächst. Das Kind verbindet bestimmte Worte mit einem Erlebnis, das immer früher ist als das Sprechen, und ordnet sie zu. Und erst ab einem bestimmten Alter kann es Vergleiche anstellen. Etwa auch in einem Alter, wenn es zu Lügen anfängt, schätze ich mal, weiß nicht genau, wann das ist, aber ich schätze mal, es hat damit zu tun, also bis drei Jahre, glaube ich, oder zwei Jahre, können die Kinder gar nicht lügen. Wer hat da genauere Daten? Bitte? Ich meine so zwei, drei Jahre. Also es gibt das auch so ein schönes Experiment. Darf ich noch weiter plaudern? Wir haben noch zwei Worte, zwei Fragen, die habe ich gespeichert. Die kriegen wir hin. Also man kann mit Kindern in zwei verschiedenen Altern ein Jahr Unterschied dazwischen, ich weiß jetzt nicht, ob sie zwei oder drei oder drei oder vier sind, ein schönes Experiment machen. Machen Sie das mal zu Hause. Nehmen Sie Schokolade, packen Sie es in bunte Papiere ein, also drei Stück rot und ein gelbes oder vier verschiedene Farben und dann lassen Sie den Kasper kommen zu dem Kind und dann sagt der Kasper, Also, ich möchte jetzt gerne wissen, welches Schokoladenstück du am liebsten hast. Denn ich nehme mir dann genau das, das du am liebsten hast. Und jetzt können Sie genau sehen, bis zu einem bestimmten Alter kann das Kind nicht lügen, das sagt, ich habe gerne das gelbe. Dann nimmt der Kasper das gelbe Stück und dann müssen Sie mal die Augen dieses Kindes sehen, wie enttäuscht das ist. Und wenn Sie jetzt ein Jahr älter sind, die Kinder, Sie machen das gleiche Experiment, da kommt der Kasper wieder, ich nehme genau das Stück, das du am liebsten hast. Dann sehen Sie so ein Zwinkern in den Augen und sagt, ich habe gerne das Grüne. Und dann sehen Sie, wie der Kasper das Grüne nimmt und was für ein Glück in den Augen dieses Kindes, dass es durch eine Lüge seine Interessen sichern konnte. Wenn Sie das einmal sehen, werden Sie nie wieder sagen, dass die Lüge etwas Schädliches ist. Sondern Sie werden sehen, wie wichtig es ist, Lügen zu lernen. Und das gehört auch zum negativen Denken, sich in Distanz zu setzen zu dem, was das eigentliche Dafürhalten ist, während man eine ganz klare Strategie verfolgt. Und sagen Sie bitte nicht, du sollst nicht lügen. Nein, üben Sie sich darin, Leute zu erkennen, die das machen. Ärgern Sie sich nicht, wenn Sie drauf reingefallen sind, sondern üben Sie sich darin, zu erkennen, ob einer etwas anderes sagt, als ein wirkliches Dafürhalten ist. Das können Sie nämlich lernen. Und dann haben Sie die Menschen wirklich verstanden. Sie können natürlich sagen, du sollst nicht lügen, und dann ist alles ganz leicht. Aber das ist auch langweilig. Viel wichtiger ist es, diese Distanz zu finden. Und jetzt zurück zum Kind. Ich meine, es gehört, also es ist mir jetzt sehr plausibel, es muss eine Sprache so weit ausgebildet sein, dass sie gegensätzliche Erwartungshorizonte vergleichen kann. Ein großes Glück, das Geschenk wird von der Claudia übergeben, nicht von ihr, das ist viel schöner. Die Große hat noch nie ein Referent, kam in diesen Genuss. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön.